Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Mini Spiele. Ja, es geht weiter mit Minecraft Mini Spiele und wir zocken bitte, ach bitte, was lauer ich da. Heute ein wenig Smash, nur leider lag der Server ein bisschen, weil es halt abends ist und es sind die Server überlastet und deswegen kann es manchmal ein bisschen lag, jetzt nicht von FPS Einbrüchen, sondern mit hier das Teleporten von Spielern und sowas. Das weiß ich nochmal zu entschuldigen, aber trotzdem, wir zocken ein bisschen weiter auf dem Map Garden und im Moment sind noch alle, haben alle drei Leben. Der ist jetzt, ja der ist tot, guck, jetzt hat er richtig, ist richtig gelaggt. First Blood, richtig nice. So, den hauen wir auch noch aus der Wand raus. Komm schon, holen uns einen Bogen, jetzt treffen wir den. Er brennt, er brennt. Der mit der Angel, den müssen wir jetzt als erstes kriegen, weil wenn, der mit der Angel, ne? Oh, verschaffen. Der wird uns so richtig Probleme machen. Oh Gott, da ist einer mit dem... Ja, ich hab's gewusst. Wenn sich alle gegenseitig getötet, können das sein. Ja, ich hab ihn getötet, natürlich. Weil ich ihn, dass er zwar geschlagen hat, das heißt, es ist niemand mehr gestorben, aber es war er. Nice. Oh Gott, da ist eine Pilzuppe. Yes! Yes, jetzt warten wir noch auf 100%. Oh, machen wir es auch so. Nimm uns ein Holzschwert und holen uns auf die drauf. Der wird uns locker da rauskriegen. Guck, 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 es leckt, es leckt, ne? Hoffentlich fängt es ab zu brennen. Ich versuche immer, ins Feuer zu schlagen, aber leider funktioniert das nicht ganz. Oh, da kommt irgendwie ein Gescheitschwert. Ja, ja, ja. Genau. So, runter mit dir, würde ich sagen. Get down! So, du grüner, du bist noch grün, du wirst aber bald gelb und dann rot. Ich versuche mal, jetzt wieder das Feuer. Und... Die bekrämpft sich da gerade. Ich geh mal runter. Ähm... Natürlich, wir sind jetzt fast gelb, sind Platz 1, weil wir die meisten Kills haben und keine Leben verloren haben. Oh Gott, das war eine riesige Bombe. Alter, Alter. So, der mit der Angel, der wird uns jetzt hier noch rauskicken. Das sage ich dir. Du brauchst nicht viele Prozente zu haben, aber schon... Oh Gott. Schau, das kriegst du raus. So, das ist scheiße Lange. Jetzt kriegst du wieder einen riesigen Lack. Komm, raus. Auch wenn du einen Portal, Portal Gun hast. Ich hab' ich gar nicht. Es ist doch keine Pistole, wir sind doch nicht im Krieg. Teleporter, meine ich damit, ne. Ender Auge. Ender Auge heißt es wirklich. Ihm, Mietkraft, also ich kann jetzt eigentlich hier hoch, sonst würde ich in die Luft gespringen. Das heißt, es gibt einen mega, ich liebe Schabber-Lack, so. Über-Über-Krass. So, die Druckplatte wurde jetzt zugebaut. Ganz schön, das Schwert. Und dann auf die Leute drauf am besten, ne. Dass wir am besten die Taktik jemanden zu töten und zu gewinnen, das wäre, glaube ich, die beste Taktik. So, hat er dann alle verschossen. Schön ausgewichen. Und, Gott, das schaffen wir heute noch. Der wird uns zwar runter... Ja, wir... Der wird uns anzünden. Nein, er hat keinen Schuss mehr. Yes. Oh mein Gott. Yes, yes, yes. Gut. Das haben wir schon mal. Jetzt muss der halt nur noch sterben. Oh Gott, Spinne. Alter. Und er geht nicht auf mich? Okay, ich hab ihn wieder getötet. Einer ist geläftet. Er hat den Chat kaputt mehr. Oh, der ist vielleicht schon gestorben. Kann sein. Keine Ahnung. Hab ich noch nicht nachgeguckt. Aber wir werden das locker hier schaffen. Mit 77%. Ich sag euch, wir werden maximal einmal sterben. Maximal einmal sterben? Ist das okay? Ne? So. Holzschwert. Oh Gott, ja, da geht er in die Bombe. Yes. Get down by Bomb. Weiß ich, was heißt Bombe auf Englisch? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das nichts Gutes heißen. Alter, dann wurde ich zurückgebackt. Durch diesen Leck. Wie viel Glück muss man haben. Wie viel Pech der gegnerische Spieler. Der Arme, ey. So, ich hol mal jetzt das Feuerzeug. Ne, hat der schon. Pisser. Jetzt bin ich rot. Ne, jetzt wurde ich auch noch angezündet. Komm, hier, friss Bombe. Da, friss. Friss. Yes. Ich geh wieder, äh, lieber in Deckung. Ne, das ist zu nah. Bestimmt, das ist ein bisschen zu nah. Nein! Oh, verdammt. Nein. Nein. Egal. Jetzt haben wir ein Leben verloren. Aber noch ist nicht alles verloren, ne? Ich hab gesagt, maximal einmal sterben. Was haben wir bis jetzt getan? Also, wir sind bis jetzt einmal gestorben. So, Schwert her und Tod. Eigentlich müsste ich auf den Grünen zielen. Weil der halt noch wenig Prozent hat. Weil das Schwert einem überhaupt nichts nützt. Aber... Nein, hat der Portal. Aber komm, das schaffen wir. So, gegen die Wand. Mit einem riesigen Leck. Entschuldigung, deswegen. So, du bist jetzt an der Seite. Jetzt musst du aber raus. Nehmen wir ein Smash Kick. So nenne ich ihn immer. Smash Kick. Ich hole mir jetzt ein Schwert. Der hat auch eins. Okay. Oh. Du hast dich gefangen? Na. Nix da. Und du auch nicht. Du gehst auch mal runter. Obwohl... Na, du hast dich nicht gerettet. Ha. Ich hab 30 Prozent. Du hast 0. Und ich hab mehr... Also, ich hab noch 20 Prozent. Jetzt. So, Schwert dabei. Nö, du hast dich gerettet? Hä, wie? Hä, du... Das habt ihr doch gesehen. Der ist doch gestorben. Oder war das wieder ein Leck, dass er sich zurückgebackt hat? Er muss ja sein, ne? Smash Kick. XXL. Alter, wie scheiße ist das denn? Okay, dann schießen wir runter. Das müssen wir von da schaffen. Nur ich treffe ihn nicht. Jetzt. Nein! Ich schieße immer daneben. Jetzt hab ich auch noch 111 Prozent. Jetzt kann ich auch richtig heftig hier runterfliegen. Oh, nö. Oh, nö. Komm schon. Das müssen wir aber schaffen, ne? Das ist Pflicht, dass wir das jetzt schaffen. So. Nur einen Bogen schießen. Ja, nochmal einen. Nochmal. Nein, er hatte keinen Smash Kick vor Ort. Nochmal. Komm. Runter. Oh, der ist eine Rose. Aber juckt mich nicht. Viel Zuppe. Viel Zuppe. Nein, es ist zum Monster Egg geworden. Und dafür hab ich mir den... Dafür hab ich mir den Bogen weggeworfen. Was ist das für eine Scheiße? Alter. Toll. Jetzt ist hier noch eine behinderte Spinne. Ja. Jawoll. Du bist runtergefallen. Yes. Durch die Spinne oder was? Oh mein Gott. Komm. Jetzt gehst du auch noch down. Jetzt nochmal. Jetzt nochmal Smash Kick. Und ich bin gerade richtig motiviert. Jemanden zu töten. Das ist gut. Ein guter Grund. Krieg abzufangen. Mit Mr. Miao. Oder Kinau. Und da ist er tot. Und ja. Wir haben es geschafft. Mit 164% haben wir es geschafft, ihn zu töten. GG. Mr. Miao. Ja, ich fand es noch mal eine anständige Runde. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet bei den zwei Däumchen unten. Und dann sehe ich es das nächste Mal. Tschüss. Wie? Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020